hallo und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen folge vom landwirtschaftssimulator 19 hier von der meiner smap ja leute unser wein ist reif wir werden wir mal fix aber ernten mussten wir kurz hier unseren mähtrecher holen mähtrecher holen so eine farmer ganz schnell zum weinfeld so so aber hängen gleich mal die schneidwerk vorne dran klappen wird mal zusammen und aus den dröschen auseinander so machen denn hier mal ein kurs so Hmmmmmmmmmmmmmmmm!! und legen denn mal los hier mit der weinernte kann er keinen weinen es 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 Musik Das wäre natürlich doof, wenn der keinen Wein kann. Äh, dö, dö, dö. Musik 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 Aber wie kriegt er? Okay, lassen wir das Ganze mal. Gänners bringt nichts. Ja, Leute. Okay, da bin ich wieder mit einem Traumerner, der die andere Maschine, die wir hatten, die konnte das ja nicht, oder der Mähdrescher, habe ich mir jetzt hier so einen Traumerner da hier holt und der soll das wo hinbekommen. Dann packen wir den mal hier aus. Und probieren das mal gleich. Ob das hier auch funktioniert? Oh, shit. scheint wohl dasselbe problem zu sein ja kann man jetzt mal also müssen wir halt warten müssen wir einen traum ernten finden ja okay dann sage ich mal bye bye und bis zum nächsten mal ja